ich kenne also hier auch die Leute nach Hock gegangen macht der Potter auch, die kann das auch machen wie ist der Hock gegangen überall alte Telefonleitungssysteme, überall Kabel wie ist der Hock gegangen, die Leute ich denke da sind auch Hock gegangen dort hier ist, genau, hier ist offen wir gehen nach hoch, dann schauen wir was passiert dann so groß ist der Stadt, Ort Hard. So gross. Wow, it's so gross. Wow, it's so gross. Alte Schrein-Treppe. So sieht's aus. Schwierig zum Laufen. In die Stadt laufen. Ein bisschen nach Auto. Wir gehen ins Auto. Überall Blumen. Auf der Fertig. Ja, ich weiß. Kamera rekordieren für den YouTube-Potodashcam, stört Licht in Majokel heute. Architektur, hier ist es. Hier ist eine kleine Bartonik. Die in die Karte, die in den Karte, die in Karte, die in die Karte, die in die Karte, die nicht so gut, ist. so lange drei Meter Türe zwei Meter Fenster alte Türe alte Türe alte Tür Stadtdenkmalschutzgebiet wahrscheinlich komm rein das schafft nicht weil es schmal in der Straße klein aber zu viel passt aber bloß auch zu passen ich habe auch gepaart für mich ist das auch nicht passt da fahren zwei Sau macht was auch wenn ich mal auf das sind wir haben die die sind die die Wieder Ausgang, dann schließe ich mal ein Video hier, dann nächstes Standort, dann ich teile mich auf das nächste Video, vielen Dank fürs Zuschauen.